Okay, nächster Programmvorschau am Start. Hier in Schottland war angeblich 89% der Covid-19-Toten geimpft. Ein Punkt, aber nicht der einzige. Mehr gibt es dann zu schauen bei VK, Bitshoot, Odyssee, Rumble, die sich den Trailer bei Venus TV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren ab in die Browserzeit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.